ja und damit sind wir dann auch schon wieder im vierten pass ja genau ich musste schon wieder überlegen welcher part ist denn das jetzt also eigentlich können wir eigentlich können wir aufhören die parts mal zu benennen oder wir können einfach durch aufnehmen und dann eine vierte stunden mitmachen ja das wird dann aber ein bisschen komisch wenn wir da keine aber also habe ich auf youtube auch mal so gesehen dass die leute das machen das ist auch noch möglich ich bin ja ein lier sagen wir da unten also ich baue jetzt unten am berg eine brücke alles klar ich habe mir ein bisschen holz geschnappt und baue jetzt erstmal so provisorischen häuschen und das wir später warte warte dann lass uns gleich mal eben zusammen gucken wo wir das haus hinbauen weil stets gott weiß wo ach das ist kies ich dachte mir gerade schon einfach warum kann ich den cobblestone nicht aufeinandersetzen was soll denn die scheiße ja eigentlich ach da bist du das ist ja immer irgendwo wir müssen erstmal ganzen bäume fällen fällt mir auf bringt alles nix denke mal dass wir hier so bauen werden das ist ganz gut die ebene hier müssen wir ein bisschen eine ebene nach hier bist du gespawnt bei diesen rosen ach so kacke da war es eigentlich gar nicht so weit weg du hättest nur den berg hoch hüpfen müssen ja da hätte ich es gewusst hätte ich das auch so gemacht haben genial wo bist du denn jetzt wenn du von unserem ersten haus die tür links runter ja da bist du ja man sieht die namen nicht verstehst du normalerweise siehst du das ja durch die ganze map durch das war noch die 1.4 also ich bin halt nicht auf den neuesten stand ich auch nicht ich gucke mir mal so einige snapshots an oder so diese dann so vorgestellt werden und dann am ende so infos hey das ist neu man weiß ich auch so grundsätzliches so farbiges glas den ganzen kram der dabei ist aber das wird auch ja wie wir das wie wir das so farbig kriegen das wird ja auch nochmal spaß ja rotes glas ist gar nicht ich würde ich würde dann so eine disco im haus bauen oder so mit farbig glas ja vielleicht ganz cool fällt mir gerade ein soll ich das haus so bauen wie das letzte was ich zuletzt gebaut habe ja das wäre eine schöne idee aber bitte dann noch mal halt einen großen flügel erweitern oder so oder mit dem keller nein keller finde ich jetzt nicht so wir können später eine mino und runter waren also ich weiß ja nicht aber irgendwas hat dieser berg ich höre zombies irgendwie hat dieser berg eine höhle in sich habe ich das gefühl sehr gut dann hätten wir das thema keller jetzt auch erledigt in diesen keller gehe ich nicht rein nein nein ich hole keine getränke von unten nein was ich nicht sehe ist nicht da das erinnert mich so ein bisschen an an biont to souls was sie dann das öl aus dem keller aus der garage holen sollen dort auch einmal geht das licht aus und totale was auch immer ich habe keine schaufeln mehr hast du noch eine schaufel irgendwie ich habe benutzt gerade nur diese eine die ich habe ich habe nur noch drei weitere schaufeln nee spitzhacken also respektive zweieinhalb also ich habe eine spitzhacken kannst du haben aber ich brauche eine schaufel ich brauche keine spitzhacken ich bin gerade am bergab tragen hast du denn holz ja dann gib mir ein bisschen holz weil ich dann dann baue ich hinten nein da bist du alles klar was willst du das bearbeitet oder unbearbeitete umbearbeitete das ist nicht bearbeitet aber gut ich warte warte dann ach egal nein nein ist mir jetzt auch egal ich krieg da schon ab ich baue hinten wo ich bin baue ich dann ein ein ding ins table ist immer ganz witzig das fällt einem selbst auch so auf es gibt hier halt deutsch und englisch aber irgendwie benutzt man immer so beides hat sich eingearbeitet alles klar da ist der apfel der apple mann war das jetzt schlecht so dass wir noch ganz viel terraforming wird das jetzt noch meinst du soll ich hier eine truhe hinstellen dann hätten wir jetzt überall truhen mit gott weiß was drin wir sollten vielleicht da oben die truhe leeren gleich wir sollten generell gleich mal so viel so wie viel da waren das jetzt waren das jetzt vier oder fünf ich dachte das waren vier wobei denn bei bei den feldern beim abbauen halt bei ja feld halt hallo weizenfelder ach so wie viele waren wir haben wie viel wie viel paus ach so wenn du einen block selbst in jede richtung hat das ding vier vier ja genau richtig ja vier war richtig soll ich vielleicht sagen ja das heißt wir sollten euch hochgehen dann muss ich mir durch noch ein paar exe machen dann ich muss erst mal abholzen exe kannst du hier machen ich habe keine ich habe kein stein okay ich habe stand dabei aber das wieder so 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 da hast du am restlichen stein schmeißt ich noch mal hier so was ich mir jetzt doch zu drucken lassen es mir lieber Keinen Bock, wieder zu verrecken? Nee, nicht unbedingt. Da oben könnte man bestimmt super einen Turm drauf bauen. Das wird dann so später unser Aussichtsturm. Ich baue jetzt gleich erstmal eine Brücke darüber, damit wir dann halt in den Berg eine Brücke rein haben. Dann können wir ja irgendwie versuchen, das zu der vorhandenen Treppe hinzubauen. Wie sieht es aus mit der Aufnahme? Wir haben gerade mal sechs Minuten totgeschlagen. Oh mein Gott. Komm jetzt nicht fertig. Ah, bin ja drin. Boah, ey, mein ganzer Chef ist voll mit... Er hat Erfolg freigeschaltet, hat Erfolg freigeschaltet. Meine auch. Waren wir eigentlich noch irgendwas wertvolles da drin? So, warte mal, das Eisen ist fertig. Oh nein, nein, ich würde das nicht mehr. So, und schon bin ich... Ja, komm, ich hieb mit Vector. Ich bin Level... Äh, 12. Ach, herrje. Wow, ich bin Level 10. Scheiß Cheater. So, warte mal, damit mache ich mir jetzt zwei, drei und eins. Du machst jetzt keine Rüstung, oder? Nö, ich mache mir einmal eine Axt und eine Schaufel. Nimm doch Steinschaufeln. Die halten aber länger. Ja, dann mach mir bitte auch eine Schaufel. Ja, so viel das. Das war's halt pissig, so, nimm doch Steinschaufeln. Ja, dann mach's noch. Sonst noch irgendwas, was du benötigst? Ähm, die Leute zahlen von nächsten Mittwoch, aber nein, ansonsten... Arschloch. So, ähm, das kommt auch weg. So. Hier kann man eine nette, nette, kleine, äh, ausstrahlen, ja. Ach, Dreck. Meine Fresse, du gehst hier halb runter und dann gleich wieder Hälfte hoch hier, damit du hier ordnungsgemäß runterkommst, ohne gleich zu verrecken. Ja, deswegen will ich ja jetzt eine, eine Brücke da rüber bauen. Aha. So, warte eben. Das ist für dich und, äh, ja, das war's eigentlich. Super, danke schön. Äh, warte aber eben, also das hier hab ich dir und, äh, ansonsten nichts eigentlich an. Ah, Gott, jetzt... Oh, nee, ich... Ich bin so gut, ich bin so super schlau. Nein. Ich habe mir jetzt gerade... Ich bin du. K-N-U-K. Ich habe mir jetzt gerade ernsthaft ne... ne Eisenachs gemacht habe, da war aber dementsprechend noch vier Steinechse im Inventar. Ja. Okay. Genius. Hm, logic. Ja, werden wir die erstmal aufbrauchen und so viele Bäume wie hier rumstehen, die hier weg müssen, krieg ich das schon hin. Was? Was will denn der Kackvogel jetzt von mir? Bisschen Kack? Ja, hier, unser Ghost. Bisschen Ghost. Äh, Tobi. Ah. Jetzt bin ich am Aufnehmen und auf einmal mein Handy so... Äh, hallo hier. Ich bin gut angekommen in Weißburg und... Ja, ja, ja. Ich will keine Ahnung, ich habe nur die Hälfte lesen können. Meine Fresse, diese Scheiß-Zombies, ey. Wo ist die... Was, fahr ich mich? Ja, äh, woran denn? Die sind irgendwo unterirdisch. Ja. Oder stehen die irgendwo unter den ganzen Bäumen drin? Was weiß ich, wo die sind? Auf jeden Fall sind sie... Da, wo sie hingehören. Tot. Also tot. Ins Grab. Hast du noch Steine? Oder so? Äh, ne, alles oben liegen lassen. Dreck. Richtig. Ja, davon hätte ich genug. Ne, doch nicht. Habe ich auch wieder oben liegen lassen. Äh. Weil, weil ich habe die Brücke jetzt so halb fertig, aber irgendwie keinen Stein mehr. Na super, muss hochgehen. Bring mir mal den Dreck mit, bitte. Ich habe ein Glas voll Dreck. Ich habe ein Glas voll Dreck. Ah, total. Komm schon, hallo. Ich kenne den Film. Nichts passiert. Aber der beste Film ist und bleibt ab durch die Hecke. Ja, 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 ja. Daher habe ich auch meinen Spitzenarm Hemi. Ja. Yay. Oh, der ist Hügel. Aber, aber, aber. Ich mag doch den Keks. Das ist doch genial, nein. Das geht gar nicht, ne, klar. Richtig. So. Ja, doch. Oh, meine Fresse, mehr doch alleine. Mehr doch selber. Fuh, ich fliege doch noch dort. So, ähm. Ganz ruhig. Ich muss ja erstmal wieder wusa, bevor ich den scharf neuen Kopf spalte mit der Axt, die ich hier gerade in der Hand habe. Von wegen scharfen Kopf spalten. Hier hast du eine Brücke. Super. Yay. Ähm, jetzt müssen wir noch eine Treppe da hochbauen. Ja, ich denke mal, da werden wir so seitlich reinjagen, so, so eine Kante, sag ich mal. Ja, das kannst du da machen. Ja. Boah, klar, was wieder alles an mir hängen bleibt. Aber egal. So, mir komme ich zu Dreck und zu Stein. Hey, yeah. Oh, ja, ich hätte sie den Dreck nicht mitgebracht. Oh, ja. Das tut mir so leid. Egal, ich habe mehr jetzt genug jetzt. Hier komme ich jetzt wieder an Dreck ran. Wie breit ist denn die zwei? Alles klar, das heißt, ich werde hier auch zwei hochgehen. Ja, ich habe die nur so ein bisschen, mal eben so, ähm, gebaut. So mal eben schnell dahin gezaubert. Ja, ja, mal eben schnell. Nichts Großes Wildes. Äh, das Glitter ist ja Dreck. Ah, die Stelle, wo ich meinen ersten Stein geholt habe. Da werden Erinnerungen machen. Ja, vor 10, 20 Minuten. War vor einer halben Stunde, yay. Weißt du, noch damals? Hat sie gestorben. Vor ungefähr einer halben Stunde. Ach, das waren auch Zeiten. Eins, zwei, drei, vier, und, und, na, warte. So, alles klar, jetzt werde ich hier eine kleine Biegung reinmachen. Hey, ich habe es geschafft und, wow, hier sind schon wieder Bäume gewachsen. Ne, leck mich doch fett. Ja. Ah, nein, das durfte ich nicht sagen. Ach, scheiße drauf. Wie solltest du es noch nicht hier sagen, oder? Ah, wir sind auf YouTube, das ist völlig egal. Äh, ja, 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 ja. Da gibt es so viele Beleidigungen, Karat. Ja, genau, also ich finde das gut, dass YouTube, obwohl ein amerikanisches Unternehmen war, dass man da so, ja, von der Sprache her, verbal, locker drüber herzieht. Scheiße, ey. Scheiße, ey. Dann ist das völlig scheißegal, was wir hier für einen Scheiß veranstalten. Dieses Video wurde gebannt. Äh, was? So viel dann dazu. Was ist da los? Junge. So, jetzt habe ich auch gleich die Bäume abgeholzt, danke. Oh, wie dein ganzes dick Rohholz, super. Oh, ich bin stolz auf dich. Eigentlich nicht, aber hey. So, äh, Holz weg, Setzlinge weg und jetzt erstmal die ganze Erde mitnehmen hier. Ja, bringst du mir diese Samen mit, wenn da oben noch welche sind? Ähm, nee, gibt keine. Oh, Mist. Ich kann jetzt Setzlinge mitbringen. Ich kann jetzt Äpfel mitbringen. Meine, meine, meine ganz normale Ding ist kaputt gegangen. Wie heißt das hier? Die, äh, die Spitzhacke. Aber ich, ich habe, äh, schon Ersatz. Keine Sorge. Äh, ja. Hier ist auch nochmal eine Holzhacks und alles. Das müssen wir auch nochmal irgendwie aufbrauchen. Nein, naja, nein. Das sind Schafe. Wir können ja gleich sogar einen Stall bauen. Oh, super. Ja, muss ich ja anbieten eigentlich, ne? I'm on my way. Okay, tschüss. So, das Loch werde ich erstmal sch... Okay, wir sollten gesetzrecht betreiben. Jetzt müssen wir erstmal Löcher stöpfen, stöpfen, genau. Stopfen angesagt. Was machst du eigentlich gerade? Immer noch die Farm, oder was? Ja, ich baue jetzt erstmal die Farm, ne? Also, das ist... Was ist hier eigentlich immer noch? Nein, das ist ja... Ich meine, gut, okay, ich weiß ja jetzt nicht, wie groß... Ah, hier verrägt gerade ein Zombie. So, ähm... Ja, ich würde sagen, ich habe noch ganz viel... Also, so groß, dass auf jeden Fall schon mal zwei Personen ohne Probleme... Ne? Davon mit klarkommen. Ja. Also, das ist ja so das ganz beliebte in Minecraft Let's Plays, das Terraforming. Das ist ja immer ganz stark ausgearbeitet. Äh, was? Terraforming. Geht's jetzt nicht? Sag jetzt nicht, ihr sagt das Wort Terraforming nix. Doch, aber ich weiß nicht, was du in Sachen Minecraft jetzt da meinst. Ja, manchmal sind da die Let's Player groß dran, die machen dann irgendwie zehn Folgen lang nur Terraforming, damit ihr Sübel aus Schniekes Haus da endlich reinpasst. Ja, doch, passiert. Könnte uns auch so gehen. Ja, und da hat sich gerade meine letzte Steinstaufel verabschiedet. Oh. Aber ich habe ja noch eine Eisenschaufel. Oh mein Gott, die Sonne geht schon wieder unter. Sag mal, was ist hier los? Acht Minuten sind schneller rum, als du denkst. Aber das trifft sich, wir haben gerade wieder 17 Minuten totgeschlagen. Super. Okay, toll. Noch eben hier die letzte Sache. Regeln. Siehst du, das ist meine kleine Fahrer. So, ähm, ja, ich habe jetzt erstmal alles. Jetzt können wir da hoch. Oh, läuft. Na? Ich habe vier, fünf, alles klar. Bam, bam, in your face. Ey, nimm die Wolle mit. Geht doch. Joa, läuft doch. Ja, ne? Du hättest das Tor nur am besten hier platzieren sollen. Ups. Na ja, egal. Jetzt gehen wir erstmal durch. Wir müssen... So, warte mal. Vorher mal eben eine Kleppichkeit. Boah. Jetzt ist mir nichts mehr. Oh nein. Leck. Ja, gleich verbaut. Episch. Ja, ja, ja. Kannst man die fucken. Genau, sehr gut. Fucken. Fucken. Ja, ich habe noch ein paar Steifstufen über. Die verbraucht jetzt einfach. Das war's. Toll. Oh Gott, wie viele Baumsetzlinge. Ja, das ist von den vorigen Bäumen. Einfach nicht neu pflanzen. Die machen wir später irgendwo unten. Ja, ich würde da so eine ganze Baumplantage machen, wo du dann auch höher gehen kannst, wo du dann direkt ins Laubwerk und so rein kannst. Boah, verdammt Hake. Ach, du meinst, wie im Allerallerallerallerersten, wo diese Über-Farm entstanden ist. Ach, ey, 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 ich muss dringend was futtern, ey. Nein, ich verbrauche jetzt dieses Deck nicht. Sehr gut, dann. Ach, tut so. Ah, klar. Und bis in den nächsten Part. Cheerio. Tschüss. 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 Vielen Dank.